Hi Mystery Freaks! Heute möchte ich in der Thematik Missing 411 weiter voranschreiten. Zeitlich sind wir immer noch im 20. Jahrhundert und auch in diesem nun folgenden Fall war es wieder ein Kind, welches verschwand. Doch diesmal ist auch ein Hund involviert. Daten im Überblick Datum 13. März 1916 Jahreszeit Winter Ort USA Montana Shepard Gebiet trocken, wüstenähnlich, weite Ebene, keine Wälder, bergig Name der vermissten Person Kenneth Crandall Alter der vermissten Person zweieinhalb Jahre alt Vorgeschichte Die Familie Crandall, bestehend aus den Eheleuten, ihrem Sohn Kenneth und einem Hund, Rasse Collie, wohnten auf einer einsamen gelegenen Ranch nahe dem Ort Billings mit vielen Hektarn Land. Der nächste Nachbar wohnte einige Kilometer weit entfernt und auf dem unebenen, trockenen Land kam man am besten und schnellsten zu Pferd voran. Wahrscheinlich, so spekuliere ich nun, hielt die Familie auch Rinder oder andere Nutztiere. Denn das Land selbst war karg, trocken und somit weniger gut geeignet, um etwas anzubauen. Auch wenn das Landleben damals mehr als heute viel Arbeit bedeutet, war die Familie dort glücklich. Trotz der rauen Natur ein friedlicher Ort. Vorfall Am 13. März 1916, kurze Zeit nach dem gemeinsamen Abendessen der Familie, wollte der kleine Kenneth noch einmal in den Garten gehen, um dort vor dem Zu-Bett-Gehen noch etwas zu spielen. Frau Crandall, die Mutter von Kenneth, erlaubte es ihm und hatte dabei auch keinerlei Bedenken. Schließlich war dies schon fast alltäglich, es hatte vorher nie zu Problemen geführt und tat dem Jungen sicherlich auch gut. Zudem war der Hund der Familie, der Collie, stets mit draußen bei Kenneth. Im Notfall sollten doch mal wilde Tiere auftauchen, würde der Hund ihn sicher beschützen. Für seine zweieinhalb Jahre schien der kleine Kenneth bereits sehr selbstständig zu sein. Nach circa zwei Stunden war es dann schließlich soweit. Bett-Geht-Zeit für Kenneth. Frau Crandall ging nach draußen und rief nach Kenneth. Dieser kam nicht, wie sonst üblich, sofort angerannt und auch ihre Rufe blieben unbeantwortet. Zu diesem Zeitpunkt war die Mutter noch nicht sonderlich beunruhigt. Immerhin konnte es schließlich auch sein, dass der kleine Junge in seinem Spiel so vertieft war oder sich in der Scheune aufhielt und sie somit gar nicht hören konnte. Also ging sie über den Hof und rief immer wieder nach ihm. Doch auch weiterhin folgte keine Reaktion. Also rief Frau Crandall nach dem Hund. Dieser würde sie mit seinem außergewöhnlich guten Gehör überall hören. Collies sind sehr soziale, treue, behütende und vor allem hörige Tiere. Doch auch von ihm fehlte jede Spur. Die Mutter von Kenneth machte sich nun ernsthafte Sorgen, da sie ihn und den Hund nirgendwo finden konnte. Dass Kenneth sie nicht hören würde, das wäre noch möglich, doch dass der Hund nicht auf sie reagierte, das war ausgeschlossen. Es musste etwas passiert sein. Die Suche Frau Crandall rief schließlich nach ihrem Ehemann, welcher umgehend kam und bei der Suche half. Zusammen suchten die beiden nur noch einmal die komplette Ranch und die nahe Umgebung ab und riefen dabei immer wieder nach Kind und Hund. Doch auch weiterhin keine Spur von den beiden. Nun machte sich auch Herr Crandall, der Vater von Kenneth, Sorgen und ritt, nachdem die selbstständige Suche bereits einige Stunden angedauert hatte, nach Shepard, um dort den Sheriff zu benachrichtigen. Der Ritt dorthin brauchte ebenfalls eine ganze Zeit, mittlerweile war die Sonne untergegangen und somit war es dunkel geworden. Der Sheriff, namens Deputy Saib, beschloss, dass sich in der Nacht eine Suche nicht mehr lohnen würde. Zu hoch sei das Risiko, dass die Suchenden sich selbst in Gefahr brachten. In der Nacht können die Temperaturen in diesem Gebiet und zu dieser Zeit bis auf 0 Grad sinken. Doch vielleicht würde der Hund den kleinen Jungen wärmen. Mit frühem Anbruch des nächsten Tages wurde dann zunächst, mit wenigen Helfern, das Gebiet hinter der Crandall Ranch abgesucht. Dort befand sich nämlich ein Fluss und der Deputy hatte die Befürchtung, dass Kenneth dort eventuell ertrunken sein könnte. Doch der Fluss, der zu dieser Zeit fast vollständig ausgetrocknet war, war nicht tief genug und somit ging keine Gefahr von ihm aus. Nicht mal für einen zweieinhalb Jahre alten Jungen. Mittlerweile hatte sich das Verschwinden des kleinen Jungen herumgesprochen und es waren viele Einwohner und Nachbarn zur Ranch gekommen und schlossen sich freiwillig der Suche an. Sowohl zu Pferd als auch zu Fuß wurde nun ein großer Radius um die Ranch herum abgesucht. Dabei wird hinter jedem Busch und jedem Fels nachgeschaut. Doch auf dem flachen, kargen Land ist weit und breit keine Spur zu finden. Drei Tage lang wird Kenneth erfolglos gesucht. Auffindung Am dritten Tag schließlich kehrte überraschenderweise der Hund der Familie zur Ranch zurück. Er war vollkommen ausgemergelt und sichtlich erschöpft. Sofort gaben die Crandles ihrem Hund etwas zu fressen, was dieser dankbar annahm. Sobald der treue Hund wieder bei Kräften war, nahm er seine Aufgabe umgehend wieder auf. Er kläffte und lief ungeduldig hin und her und sorgte somit, bei dem Ehepaar Crandle, für die benötigte Aufmerksamkeit. Diese wussten oder spürten, dass ihr Hund ihnen etwas zeigen wollte. Sie folgen dem Hund also, viele der freiwilligen Helfer und auch der Deputy waren ebenfalls dabei, welcher sie schließlich zu einer Kreuzung ca. 9 Kilometer von der Ranch entfernt führte. Dort schien sich die Spur von dem kleinen Jungen dann zu verlieren oder der Hund hatte ihn hier zurückgelassen. Der kleine Kenneth jedoch ist in der unmittelbaren Nähe nicht zu finden. Also suchten alle um diese Kreuzung herum, etwa in einem Umkreis von drei Kilometern, das Gebiet ab. Und genau in diesem Umkreis finden sie dann schließlich auch den kleinen Kenneth. Doch leider ist er bereits tot. Eine spätere Obduktion ergab, dass er verhungert und erfroren ist. Meine persönlichen Gedanken zu dem Vorfall Für mich persönlich scheint dieser Fall zunächst nicht sonderlich außergewöhnlich. Der Junge kann durchaus weggerannt sein und er kann auch diesen weiten Weg dabei zurückgelegt haben. Lediglich die Tatsache, dass der Junge einen Hund dabei hatte, ist bemerkenswert und dadurch unterscheidet sich der Fall klar von den anderen. Die typischen Charaktereigenschaften eines Collies sind Aktiv, freundlich, intelligent, loyal, sanftmütig und beschützend. Es handelt sich hier um einen Hütehund, welcher, wie der Name schon verrät, seine Herde hütet. Er hält sie zusammen und passt auf, dass keines verloren geht oder wegrennt. Auch den Jungen dürfte er in dem Alter eher als zu behütendes Objekt angesehen haben. Das ist wohl auch der Grund, weshalb die Eltern ihn ohne Bedenken in der Obhut des Hundes draußen alleine ließen. Schließlich ist der Junge weniger eigenständig, außerdem kleiner und wird den Hund in diesem Alter noch nicht sonderlich zurechtweisen können. Hunde sind außerdem sehr territorial, das heißt eigentlich hätte der Hund dafür sorgen müssen, dass er den Jungen auf dem Grundstück hütet und auch dafür sorgt, dass er dieses Gebiet nicht verlässt. Wahrscheinlich hätte der Collie ihn durch einen Stupser oder das Abschneiden des Weges aufgehalten. Doch das ist hier nicht der Fall gewesen. Warum? Warum ist der Hund ihm einfach nur gefolgt? Das entspricht nicht seinem Wesen und ist vollkommen untypisch. Doch das ist noch nicht alles. Nehmen wir einfach mal an, dass der Collie ihn eben doch einfach nur gefolgt ist. Vielleicht wurde sein Hüteinstinkt nicht genug trainiert, obwohl das eigentlich ein angeborener Instinkt ist. Dafür schien sein Beschützerinstinkt umso besser zu funktionieren. Denn anscheinend begleitet er den Jungen die ganze Zeit über bis zum dritten Tag. Es ist tatsächlich schon öfters vorgekommen, dass ein Hund mit einem Kind verschwunden ist, später wieder auftauchte und die Rettungskräfte zu dem vermissten Kind geführt hat. Dies ist also nicht ungewöhnlich. Eine beachtliche Leistung und auch in diesem Fall hätte das klappen können, wenn der kleine Kenneth an der Kreuzung gewartet hätte. Seltsam an der Sache ist ebenfalls, weshalb der Hund später vom Ausgangspunkt die Spur des Jungen nicht wieder aufnehmen konnte. Das ist für einen Hund äußerst ungewöhnlich. Somit schon das zweite untypische Verhalten des Hundes in diesem Fall. Denn wenn der Junge die Kreuzung, in welche Richtung auch immer, zu Fuß verlassen hat, dann hätte der Hund die Fährte vom Kind mit Sicherheit wieder aufnehmen können. Warum tut er dies nicht, nachdem er die Familie schon zu dem Ort geführt hat? Warum schafft er dies nicht? Ist die Spur nicht mehr vorhanden oder der Junge vielleicht gar nicht zu Fuß gegangen? Das passt einfach nicht zusammen. Es sei denn, der Hund und der Junge wurden irgendwie verschluckt, an der Kreuzung dann wieder abgesetzt. Der Hund orientiert sich, läuft nach Hause, findet auch den Weg zur Kreuzung zurück. Doch der Junge ist währenddessen vielleicht wieder verschluckt worden? Doch wo haben sich die beiden dann all die Tage aufgehalten? Ein gesunder Hund kann ca. 25 Tage ohne Futter, allerdings nur 6 bis 7 Tage ohne Wasser auskommen. Ein Kleinkind hingegen schafft ohne Wasser nur wenige Tage und bei Anstrengung oder Panik nur knapp 2 Tage zu überleben. Hier nun noch eine grobe Rechnung, welche weitere Fragen aufwirft. Dies ist von mir jedoch nur ein kleiner Denkanstoß, kein Beweis und auch lediglich spekulativ. Ein gesunder Hund kann etwa in 5 bis 6 Stunden 20 bis 24 Kilometer zurücklegen. In unserem Fall ist der Hund kraftlos. Also nehmen wir einfach die doppelte Zeit. Bis zur Ranch, von der Kreuzung aus, sind es 9 Kilometer. Für diese Strecke braucht ein gesunder Hund also ca. 2,25 Stunden. Wir nehmen hier 4,25 Stunden. Dann stärkt er sich zu Hause und muss seine Herrchen erst davon überzeugen, mitzukommen. Demnach gehen wir einfach mal von einer zusätzlichen Stunde aus. 5,25 Stunden sind vergangen, seitdem er die Kreuzung verlassen hat. Nun muss er den Weg auch wieder zurücklaufen. Er ist zwar mittlerweile wieder etwas bei Kräften, wir behalten dennoch die doppelte Zeit bei. Immerhin muss er auch sicherlich öfters innehalten, um zu schauen, ob seine Begleiter auch weiterhin hinterherkommen. 9,50 Stunden. Dies wäre demnach die Zeit, welche der Junge ohne den Hund verbracht haben muss. In dieser Zeit muss er sich demnach von der Kreuzung entfernt haben, die drei Kilometer zurückgelegt haben und gestorben sein. Auch hier gebe ich eine grobe Rechnung ab. Wie weit ein Kind am Tag laufen kann, dazu gibt es leider keine genauen Angaben oder Studien. Hier gibt es lediglich Empfehlungen und eine sogenannte Faustregel. Alter mal 1,5 gleich Weglänge pro Tag. Jedes Kind ist da natürlich unterschiedlich und könnte auch mehr oder weniger zurücklegen. Wir bleiben in diesem Fall jedoch bei dieser Formel. Man muss in diesem Fall außerdem noch mit einbeziehen, dass der Junge ebenfalls körperlich sehr erschöpft gewesen sein muss. Er wird demnach langsamer als üblich gewesen sein. 2,5, das Alter von Kenneth, mal 1,5 gleich 3,75 Kilometer pro Tag. Binnen 12 Stunden. Das ist die Strecke, die der kleine Kenneth ohne Probleme täglich bewältigen dürfte und könnte. Somit könnte er auch den Weg in der Zeit, in welcher der Hund nicht da war, zurückgelegt haben. Allerdings muss man hier seinen Zustand bedenken und außerdem seine Todesursache. Demnach war er sehr schwach und auch der Sterbeprozess, das muss ich hier leider einmal zur Verdeutlichung erwähnen, dauert eine gewisse Zeit. Kenneth wird nicht einfach umgefallen sein und sofort an Ort und Stelle gestorben sein. Wenn man verhungert oder erfriert, ist man zu schwach, um sich auf den Beinen zu halten, man legt sich hin und der Prozess dauert dann noch eine gewisse Zeit. So hart das auch klingen mag. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass er die Strecke in dieser Zeit und in seinem Zustand geschafft hat. Nimmt man also seinen Zustand anpassend 1 Kilometer weg, 2,25 Kilometer, oder würde weitere Zeit dazu rechnen, kann die Entfernung und damit sein Auffindeort nicht mehr stimmen. Wie ist das alles möglich und wie passt das zusammen? Hat jemand vielleicht an der Kreuzung Kenneth mitgenommen und deshalb konnte der Hund die Spur nicht mehr riechen und Kenneth konnte in seinem Zustand diese Strecke bewältigen? Doch warum hat denn irgendjemand ihn einfach zum Sterben zurückgelassen? An dem Hund konnte man keine Verletzungen finden und ich bin mir sicher, dass er den Jungen verteidigt hätte. Mir ist es schleierhaft, wie ein Hund die Spur des Jungen später nicht wieder aufnehmen kann. Selbst wenn er erschöpft war, sollte das ein leichtes für ihn gewesen sein. Es sei denn, Kenneth wurde, wie ich bereits erwähnt habe, einfach in irgendein Fahrzeug gepackt und weggefahren. Gerade ein Hund und dann noch von dieser Rasse ist ein optimaler Beschützer. Wir können davon ausgehen, dass ihn zumindest kein Tier oder auch Mensch angegriffen hat. Es zeigten sich auch keinerlei Verletzungen auf dem Körper des Jungen. Auch seine Kleidung war intakt. Handelt es sich demnach um eine Verkettung unglücklicher Zufälle oder steckt doch mehr dahinter? Ich bin auf eure Meinung zu dem Fall sehr gespannt. Damit möchte ich den Fall gerne schließen. Ich bedanke mich bei euch und verabschiede mich. Bis dahin, euer MF-Team. Ich bedanke mich bei euch und verabschiede mich.